ich grüße euch freunde willkommen zurück zu jurassic world evolution 2 und ja der jurassic park und natürlich seine ganzen alles komplett freigeschalteten dinosaurier forschungs und expeditionsziele was man so hat also fangen wir an mit den expeditionszielen fangen wir hier oben an dafür dass ihr wirklich 100 prozent erreicht haben wir natürlich hier die verschiedenen ganzen expeditionsziele die wir erreichen können und auch abschließen müssen ich will euch natürlich ein bisschen mehr ersparen dadurch dass ihr ewigkeiten sucht guckt wo welcher dino ist und wo natürlich welche ausgabungsstätten sind und wo ihr die natürlich am besten bekommt seht dann natürlich hier ihr seht wir haben hier wirklich ein paar haben wir eigentlich die meisten haben wir so wirklich eigentlich wirklich alle bei dem gleichen nur ein ohr zwei die sind pro mission eigentlich anders leider a und b hier a und b da so da haben wir die expeditionsziele natürlich die ganzen forschung die wir erreichen können leider gibt es hier nur strommäßig hier das mäßig dort das hier hier das hier natürlich auch das das hier natürlich die dinos haben wir jetzt gerade erreicht ihr habt alle die zeige ich euch natürlich noch mal in der ausbrutstation welche ihr hier haben können wenn euch natürlich ein dino in euren sagen wir mal dingens fehlt in der jurassic world datenbank zeige ich erst euch natürlich hier auch gleich das hier haben wir natürlich auch auch nichts anderes eigentlich wie bei den anderen hier haben wir wirklich nur vier und die vier müsste nicht freischalten da dies eigentlich überall gibt hier haben wir nur drei so dann gehen wir natürlich hierher welche dinos wir ausbrüten können fangen wir von ganz oben an aparto der achio ihr könnt ja ihr seht ja selber welche dinosaurier nicht wundern manche sind wirklich schon genetisch modifiziert bei mir hier meistens die die ich ein paar kabel sind wirklich schon modifiziert hier der majungosaurus den hat man auch nicht so oft den megalosaurus auch nicht den rex hat man natürlich öfters eigentlich mal dabei billeter raptor somit und ihr seht auch ok 223 prozent aber keine verstanden wertung naja na gut so haben wir wirklich unseren park aufgebaut zwar wirklich schon alles fertig und noch nicht mal der park richtig gebaut also leute somit habt ihr jedenfalls schon mal gesehen welches komplett alles wenn ihr alles erforscht was hier ist also leute somit macht es gut bis zum nächsten mal besucht mich auch auf instagram und twitch die links findet ihr in der beschreibung